Hey Kollegen, was geht ab, Alter? Herzlich willkommen zu diesem... Okay, ich sagte zwar einfach nichts. Herzlich willkommen zu diesem neuen Deathfront, Freunde. Und ihr seht schon, wir machen heute was ganz Besonderes. Deswegen haben wir heute Low-Budget-Blaze dabei. Ich bin schon der Gewinner, was geht ab? Ja, 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 ja. Leute, ein Dislike für Blaze, aber nicht auf meinem Kanal, sondern auf seinem Bund. Somit willkommen, Freunde, zum Brettspiel-Deathfront. Eigentlich funktioniert das Ganze ziemlich einfach. Wir haben hier alle fünf Level einen neuen Deathfront. Und jeder Deathfront kann nur einmal gemacht werden. Schafft man diesen Deathfront innerhalb von drei Leben, dann darf man nach dem Deathfront nochmal würfeln und weiterspielen, Leute. Und man kann also erst weitermachen, sobald ein neuer Deathfront angefangen wird. Heißt, bald jemand über die nächsten fünf Level gekommen ist. Sollte jetzt jemand mit zwei Würfel und dann nochmal mit zwei Würfel, dann ist er ja bei viel Heft sozusagen zweimal denselben Deathfront. Deswegen darf er dann nicht nochmal den Deathfront machen, sondern der andere würfeln, also. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist nicht zu kompliziert. Fakt sehr lange gegen die Schule. Tschüss. Aber gut, Blasehase, bist du bereit? Ja, gib dir meine geile Waffentarnung. Guck mal, selbe Farbe wie meine Unterhose, denke. Äh... Warum kann man... Egal. Ich hasse die Maps, wenn man Leute nicht killen kann. Dann geht's jetzt auch schon los und ich würde sagen, ich fange an mit Würfeln. Ich hatte gerade eben zwar schon mit drei Freunde. Gut, äh, drei. Dann hab ich hier bei unserem allerersten Deathfront hier. So, mal gucken, was das für einer ist, Digga. Let's go, ein auf Mario. Und wir haben hier ein Crashpad. Ding, Dong. Hammer, Digga. Komm, das schaffe ich easy. First Strike. Sollen wir mal mit Zeitbegrenzung machen, dass wir immer nur eine gewisse Zeit für ein Level haben? Ach so. Ja, okay, das machen. Hä? Ich kann da nicht setzen. Weil das schräg ist. Äh, äh. Also ich teste kurz nochmal. Kann man dagegen werfen? Ja, siehst du ja, weil das schräg ist. Weil das schräg ist. So. Zack, Freunde. Dann werfe ich hier einfach immer gegen. Oh. Oh? Ah! Wieso ist das denn bitte funktionieren, Junge? Oder wir machen immer mit Leben. Ja, wir machen mit Leben. Wir machen mit Leben. Okay, dann habe ich jetzt drei Leben, Leute. Ab jetzt. Zack. Easy, easy. Zack. Oh, let's go, Freunde. Okay, Blaze, du darfst jetzt würfeln. Okay, bist du ready? I'm ready. Okay, let's go. Und Blaze hat eine drei. Auch eine drei? Ja, aber... Dann habe ich ja das gleiche Level wie du. Ja, ich sage aber mal, du gehst von meinen drei, drei Schritte weiter. Okay, danke, Bro. Macht zwar gar keinen Sinn, Freunde, aber egal. Okay, was ist das jetzt hier mit Death, Freund, Digga? Ja, mach mal vor, ich mach einfach nach. So, Freunde, wir sagen es sogar so, damit das alles auch ein bisschen mehr Sinn macht. Wenn man dieselbe Zahl kriegt wie der andere, dann darf man die sozusagen drauf addieren auf sein Feld, ansonsten nicht. Also ein Pasch. Pasch. Heißt es, heißt Pasch. Na ja, Pasch heißt eigentlich, wenn man zweimal dasselbe zieht. Ja, stimmt. Wo muss ich jetzt lang machen? Ah, ach so. Die wollen einfach, dass ich hier unter Wasser Death, Freund, mache, Digga. Oh, mein Gott. Aber Tamm, aggressiv. Nein, nein, ich kann mich nicht verstecken. Junge, ich sterbe die ganze Zeit. Wie soll ich das jetzt packen? Aber das ist eigentlich dein Level. Warum mache ich das mit? Pass auf. Zeig mal. Ja, zeig mal, wie das geht. Ja. Ja. Ah, Junge, ich habe es aber das schaffen. Bruder, what the fuck, was ist denn das für Fallen? Okay, so, bin wieder da. Und jetzt? So, mach nochmal. Ja, mach die aus. Mach für mich. Ja, wow, what? Ja, meine Lieben sind done, würde ich sagen. Ja, Blaze Leben sind draus, Freund. Wir versuchen, gerade nochmal, das alles zu dodschen. Bant die Map, Digga. Mach neu, ich start von vorne. Ich mach das nicht. Was ist das, Alter? Wie kann man das überhaupt dodschen? Okay, ich war bei drei, Blaze bei sechs. Wenn ich jetzt nochmal eine drei würfel, dann müsste ich eigentlich auf neun gehen, Freunde. Von daher... Noch mal drei. Würfel kaputt. Von daher vorne vier. Okay. Heißt, ich bin jetzt bei sieben. Glauben wir, das ist dasselbe, Defron, ne? Ja! Geil! Blaze, du darfst noch mal würfeln. Okay, bist du ready? I'm ready. Ich würfel. Komm, fünf. Und zwei. Okay, du bist bei acht. Von daher darf ich noch mal, Leute. Ich bin bei sieben. Blaze bei acht. So, wir müssen über zehn kommen. Oh, ich bin bei neun. Blaze darf noch mal. Ja, komm. Komm, Hannel. Man muss schon treffen, ne? Nein, hast du nicht aus deinem geschlossen. Jetzt. Zwei. Okay, du bist bei zehn. Aber ich glaube, zehn zielt auch noch nicht, oder? Okay, ich bei neun. Blaze bei zehn. Und fünf. Okay, holy shit. Heißt, ich bin jetzt bei vierzehn. Okay, hier haben wir vierzehn, Leute. Und das sollte jetzt ein neuer Defron sein. Von daher, let's go. The Kenny Special. Was auch das immer sein soll. Okay. An sich aber eigentlich. Das war's? Da unten ist schon. Du kriegst ja voll die einfache Levelle. Wenn ich das nochmal schaffe, darf ich nochmal würfeln, ne? So, Freunde. Geschafft. Ganz easy. Hä, warum kriegst du so einfach Levelle? Ah, nice. Darf nochmal nochmal machen. Hallo. Bin nochmal reingelaufen. Warte kurz, Freunde. Ich mach's kurz. Ja, mach nochmal. Darf ich jetzt dreimal würfeln? Nein, darfst du nicht. Das ist noch einmal würfeln. Okay, nicht nochmal reinlaufen. Dann bin ich bei vierzehn, Freunde. Wir würfeln nochmal. Und ich komme jetzt auf siebzehn. Okay, Blaze, du bist da. So, ich war bei zehn, ne? Ja. Dann bin ich jetzt dran. Okay, ich bin wieder dran. Ich war bei siebzehn, Freunde. Oh, neunzehn. Blaze, du bist wieder dran. Wir müssten über zwanzig kommen, Freunde. Komm schon, komm schon. Ah, siebzehn. Okay, neunzehn, Freunde. Oh, vierundzwanzig. Oh, ich bin sogar direkt dran. Von daher, ich hab direkt nochmal das neue Level. Blaze, Junge. Ich rassier dich gerade richtig hart. Hä? Äh, 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 äh. Achso, deswegen hat ich die Harpune dabei. Scheiße. Wir können das nochmal probieren. Blaze. Nimm dich bei der Harpune weg. So, okay. Grapple to the white block. Alles gut, Jungs. Alles gut. Ich hab das. Ich hab das. Ich mach das schon. Ich mach das. Ja. Okay, ey. Du musst dich in der Mitte gelangen, Grapple. Nicht in der Wand an anderen Seiten. Das sagt man nicht. Ja. Ja, was geht, Digga? Let's go. Okay, Freunde. Wir haben beide geschafft. Aber ich bin natürlich zuerst. Und das war auch eigentlich mein Dev-Man. Von daher, darf ich jetzt nochmal würfeln. So. Zack. Und. Äh, haben wir eine Zahl? Hallo? Ah, zwei. Okay, 26. Blaze, du bist wieder dran. Jetzt müssen wir über 30 kommen. Ah, nee. Ich hab mal gesehen. Nee, müssen wir nicht. 24 und 26 sind verschiedene Level. So, dann starten wir jetzt mit Level 26. Komm rein. Das müssen wir hier machen. Holy shit, Digga. Noi. Ja, I love him. Super, Achmed. Klasse. Ja, ich auch. Hä? Kann man da überhaupt? Ah, I get it. I get it. Digga. Also, das Level ist auch richtig dumm gemacht. Bin ich ehrlich. Wie soll man bitte wissen, wo diese Tod ist schon anfangen und wo die enden? Ah. Du brauchst hier UV-Licht, damit du das siehst. Ja, Yaraxipia. Gibt der Kacke jetzt noch einen Try. Ich hasse das, wo unsichtbare Zonen sind. For real, Leute. Wer mich kennt, der weiß, dass ich das... Okay, Freunde, ich hoffe, ich habe mir nicht die Hand gebrochen. Wir machen aber jetzt weiter. 26. Ich habe leider verkackt das Level, Freunde. Das war einfach 30. Ja, Digga. Playst du bis gerade? Auf geht's, komm. 2. Wo warst du? Ich war bei 17. Okay, die Sache ist... Also, bin ich jetzt bei 19. Du musst halt jetzt auf 30 kommen, damit du wieder weitermachen kannst. Komm, du darfst, du darfst. Oh, Ehre, Digga. Also, komm. Alle 5 können. Ja, wenn du jetzt eine 5, wenn du eine 4 oder eine 5 kriegst, Digga, dann darfst du direkt auf 30. Komm. Und... Oh, was? Ich dachte, du schaffst das nicht. Wo bin ich jetzt auf einmal? Keine Hand, ich play es direkt mal auf Level 30 gecheatet, Digga. Normal, Digga. Ist das schon das nächste Level? Oder fängt das bei 31 an? GF 31 reinkommen. Scheiß drauf. Wir riskieren nichts. Halte, Leute. Und... New and improved Neo-Jump. Du hast 3 Versuche, Blaze. Ja, okay. Ja, ich mach schon mal weiter. Nein, ich hab mal kein... Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Blaze erstes Leben tot. Hä? Wie soll man das denn machen? Okay, das ist echt anders. Eklig. Ja, das ist voll easy eigentlich. Ja, mach mal. Ja, super easy. Cool. Warte. What? Ja, Blaze, du hast dir das Level ausgesucht. Du wolltest es auf Level 30, Digga. Hä? Ich hab... Du hast gesagt, geh einfach 31. Ja, komm. Du kriegst noch... Okay, du kannst von mir aus noch zwei Versuche extra haben. Weil du so nett bist und irrenmamm bist. Ja, okay. Ja, mach mal kurz. Ja? Oh, ah, super. Okay. Nächster truc. Ja, einen Versuch hab ich noch. Wir warten noch. Wir warten noch. Ja, komm. Komm. Und Blaze auch gut, Freunde. Ich seh's nebenbei. Gut. Nächstes Level. Oh, oh. Ich sag grad, mein Cam geht euch aus, Freunde. Deswegen, bisschen chillau hier, Digga. Wir machen jetzt noch ein letztes Level. Und ich würd sagen, Freunde, wir skippen direkt mal auf 35. Blaze hat das letzte jetzt auch verloren. Eigentlich bin ich noch bei 26, Freunde. Von daher würd ich sagen, Digga, alles oder nichts, obwohl ich eigentlich weiter bin. Komm rein. 35. Okay, komm. Äh, du sagst nichts. Ich hab, äh, Schlechtes im... Ja, wir müssen 36 rein. Oder wollen wir ins letzte Level gehen? Einfach mal gucken, was drin ist. Wir gucken mal, was drin ist, Freunde. Weil die Sache ist, es wird ja irgendwie von Mal zu Mal schwerer. Und deswegen, letzte Level kann ich mir vorstellen, dass du da kannst gar nicht springen, Digga. Da kannst du nur stehen bleiben und stirbst indirekt. Okay, hier hinten, Level 99. Äh, da hinten ist es. Hä, warum ist hier so ein Portal, Digga? Keine Ahnung. Dann jumpen wir rein in Level 100. Jetzt bin ich gespannt. Okay, let's go. Eis-Level. Ist das aber Stylet? Nein. Guck mal, was ist das? Es ist ein... Ah! Was ist das? Das ist Neo-Dumps mit, äh, blub, blub. Was? Mit Zone? Äh. Ich hab eine Idee. Kann man vielleicht diese Eisberge hier links und rechts nutzen? Nee, kannst du nicht. Oh mein Gott, das war close. Das geht aber. Das geht. Ich glaub, das ist sogar einfacher, als das, was wir vorher gemacht haben. Ich glaub nicht. Doch, doch, doch. Das ist viel einfacher. Ja, zeig mal. Okay, Freunde. Mein erstes Leben beginnt jetzt an der Wano-Test. Ach so, ach so. Oh! Also an jeden, der das schafft. Krass, Digga. Ja, krass. Okay, dann tapp ich das jetzt. Ja, wenn du das jetzt schaffst, in den nächsten zwei Versuchen, dann nenn ich dich fünf Videos lang Meister. Ja? Ja, nenn ich dich immer Meister. Okay, okay. Freunde. Ich darf versuchen noch. Komm. Ja! Die Sache ist, wir haben extra eine Zone gemacht, damit du nicht laufen kannst, sondern das Eis benutzen musst. Ja, komm, Alter. Doch kein Meister.